ja hallo herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder der game collector und es kommt noch mal ein filme pick up video ich könnte hier schon sehen ich habe vor kurzem die rally hunter serie vorgestellt deswegen habe ich es jetzt hier am tisch gelassen ich habe von koch media das ganze bestellt bzw koch films es sind zwei filme erschienen erstmals auf blu ray einmal mit rodger howard wedlock und james spader supernova die man ja aus woher kennt man den james spader jetzt wieder aus stargeld genau ich habe vor kurzem auch stargate und myami weiss von koch films vorgestellt im mediabook ja und das sind halt eben zwei filme aus den 90ern die hier veröffentlicht worden sind hier eben steve book diese beiden steve books müssten glaube ich nur exklusiv über den koch shop zu bestellen sein genau bilder des der beiden steve books gibt schon auf ihrer facebook seite und auch glaube ich bei instagram die haben da schon ein paar fotos gepostet ich muss sagen die steve books schauen auf jeden fall schon mal richtig klasse aus es ist mir aber leider empfohlen was da pro stück ein steve book kostet ich glaube 22 euro 24 euro oh gott ich weiß es nicht mehr egal wie gesagt link packe ich euch auf jeden fall in die infobox so mit welchen fangen wir an mit welchem steve book supernova oder wedlock ich denke wir fangen wir mit supernova an beide filme kenne ich persönlich noch nicht ich habe sie noch nicht gesehen die verarbeitung ist auf jeden fall schon mal top koch films lernen es auch langsam schöne steve books zu machen bloß die mediabooks sollten vielleicht noch ein bisschen besser werden dass ich mal von ihrer kleinen größe weg gehen und einmal standard größe machen keine papier popel so liebe ich das also die haben schon mal gelernt sehr schön so hier haben hier ein richtig schönes hochglanz steve book richtig geiles cover haben wir hier supernova gesatzen science fiction thriller film kenne ich noch nicht aber ich habe davon gehört gibt es eine alte dvd davon film geht 91 minuten könnt ihr euch das alles durchlesen limitiert ist es glaube ich nicht also steht zumindest nichts drauf so auch immer das frontmotiv klasse hier das bein und dann haben wir hier auch ein richtig geiles backmotiv also das lassen wir mal eingehen das ist mal ein richtig geiles die book ich hoffe der film taugt was machen wir es mal auf schauen wir es mal so an ihren übergang haben wir jetzt nicht aber das macht auf jeden fall laune ist auch sehr massiv haben wir hier zwar einen schwarz weiß innen druck aber der ist richtig gut gelungen die blu ray und dann haben wir hier den innen druck der schaut auch nicht schlecht aus obwohl er in schwarz weißes ist aber glaube ich gewollt richtig geil wer den film bereits gesehen hat schreibt es mir in die kommentare wie er euch gefällt so immer hier an der seite noch die barcode und alles legen wir es mal hier zur seite dann fangen wir mal mit redlock an rodger hauer lebt leider nicht mehr toller schauspieler hat auch einen tollen film mitgespielt blade runner natürlich batman beginns hat er auch eine nebenrolle gespielt genauso wie blinde wut so ok hier sind scheinbar schon klebepopel dran da haben sie es scheinbar bei supernova vergessen ok das sind nur ganz leichte klebepopel leute was ist da los da sind klebepopel dran und bei supernova keine ok ja gut wir haben ja auch lieber gewesen wenn sie es hier vergessen hätten so mimi rogers spielt hier mit das jahr steht jetzt leider nicht drauf was im jahr der film ist mal gucken ob es auf der blue drauf steht so frontmotiv ist schon mal richtig klasse von der seite das schaut auch klasse aus nicht schlecht gezeichnete artworks habe ich zwar mal gesagt dass ich nicht so fan von bin aber das hier gefällt mir trotzdem sehr sehr gut und dann haben wir hier den techo haben wir hier abgebildet seht ihr ihn geil der spielt da wahrscheinlich wieder einen knacki zuletzt habe ich ihn in der book of boba fett gesehen da hat er auch einen auftritt gehabt da haben wir hier rotka hauer abgebildet genau das ist schon den techo ja ist er definitiv der winddruck der ist so ja der ist nicht so scharf wie bei supernova naja naja aber gut das die book ist sehr massiv nicht labbrig so guck mal auf die blu-ray ob da das jahr drauf steht da steht nur 2021 steht nicht das produktionsjahr des films drauf sehr schade da muss ich dann tatsächlich google 91 da steht 1991 was jetzt leute ich finde es nicht mehr da steht redlock 1991 also der film ist wirklich aus den 90ern jetzt muss ich bloß mal gucken supernova glaube ich der könnte von 97 sein gut ist das lege ich jetzt mal zur seite der film ist sogar von 2000 könnte das sehen hier steht 2000 ist der film okay der ist doch noch nicht so alt okay jetzt gedacht jetzt vor 97 aber gut so hier sind keine klebepuppe dran weiß der geier so das sind einmal meine bestellungen von kochfilms ich hoffe ich werde nicht enttäuscht gut bei rally hunter da weiß ich es ja das habe ich ja extra video gemacht aber ich zeige es jetzt hier trotzdem noch mal damit es mal gesehen habt auf die beiden film bin ich auf jeden fall sehr gespannt und auf die serie wie gesagt freue ich mich auf wie gesagt schreibt es mir in die kommentare ob ihr die beiden filme kennt und ob ihr euch dieses die box ebenfalls geholt habt das video ist jetzt hauptsächlich mal für die filmesammler gewidmet weil ich selber sammle auch filme einigermaßen habe ich auch eine gute filmesammlung natürlich mehr als videospiele ist natürlich ganz klar gut dann sind wir mit dem video durch ich hoffe es hat euch gefallen ich würde mich über einen daumen hoch freuen ein abo und nicht vergessen die klopie zu aktivieren das war's und bis zum nächsten video ciao